Hallo und willkommen zu einem neuen Video bei Brawl Stars. Ich spiele mit dem, mein Freund hat gesagt, der ist sehr selten. Und ja, ich kenn mich damit halt nicht aus. Ich habe hier auch schon wieder, ich bin fast bei dem Dingerich. Ich habe mich für den entschieden, weil sie habe ich Rang 10, sie 5, den 1, also den habe ich noch gar nicht gespielt. Den, den mache ich jetzt erstmal, ja, auch Rang 10. Ähm, wir spielen wieder Solo-Shoutdown. Und diese kleinen grünen Dinger, die man da einsammeln muss, die geben einen auch mehr Leben. Der Typ ist nämlich Our Power, der hat zwar nicht so eine übelst krasse Range, aber macht übelst viel Schaden. und lädt es auch sich schnell wieder auf. Mit dem muss man einfach nur einen Sieg holen. Nein! Ich dachte, er wäre schon tot. Ach. Wird es Plus 2 und nicht Minus. Wann dring ich ihn immer auf verlassen? Ich kann doch auch einfach auf Doppel spielen klicken. Auf Doppel? Nochmal, so. Auf Doppel? Nochmal, so. ... Ich hasse es. Minus 4 Wär geil. Ich hasse es. Ich gebe denen so viele Hits und dann, der gibt mir nur zwei. Und ich dem keine Ahnung wie viel. Sterb! Und seine Mega-Attacke ist... Komm her. Die hier. Der schmeißt sich dann auf Gegner. Mit dem kann man sich aber auch schneller fortbewegen. Los, 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 los! Mit dem seine Super-Attacke hasse ich sowas von. Rang 6? Vielleicht schaffen es ja heute sogar... Rang 10? Vielleicht aber auch nicht. Ich spiele es auch zwischendurch. Also... Also... Ja. Und den hasse ich sowas von. Kann man nichts machen. Dann greift die nicht an. Ich hab dir nichts getan. 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 ich hab dir nichts getan und ich hab dir nichts getan. Ich hab's getan. Du musst doch nicht tun. Ich hab Dir nichts getan. Ich halte in Ruhe. Jetzt läuft nicht so lang. Ey, ich hasse es. So was von. Wenn ein 4 auf mich geht, nur nicht auf sich selber. Okay, gut. Geiles Deutsch. Wie gesagt, nicht auf die anderen. Aber auf mich. Denken die ernsthaft, ich bin so gut? Er steht zur AFK. Und dann tun sie so, jetzt werden sie sie testen. Ich sag jetzt nichts mehr. Schön, dass du da bist. Ich sage bitte. Ich sage es. Abend. Ich sageu mich ein. Ernst. Ich sage es. Endes Nacht. Ich sage es. лен Jesus Paste. Nein! Wir haben die Kenos gegenseitig und er kriegt jetzt alles. Na, wer gewählt? Ja. Der hätte auch den Sieg nicht verdient. Ich glaube, ich werde jetzt öfters Rollstars aufnehmen, wie Ben Lenz. Könnt ihr gerne mal die Kommentare schreiben, weil ich weiß gerade nicht, wie man so eine Umfrage macht. Also, wo man dann, wie bei YouTube, da kann man ja oben auf so ein i klicken und dann macht man also eine Umfrage und ich habe keinen Plan, wie man das macht. Wenn ich es hinbekomme, dann sage ich euch, also dann frage ich, ob Battlelands oder Rollstars. Das, was dann mehr stimmt, das werde ich öfter spielen. Vielleicht zweimal hintereinander. Genau, jetzt geht der auf mich. schon wieder ein Fail-Part. Mann. Gut, das war aber jetzt auch die letzte Runde. Also, ciao. Bis zum nächsten Mal. Yay. Ey. Oder spielen wir noch eine? Ähm. Ich weiß nicht, spielen wir jetzt noch eine? Nee. Nein. Ja. Nein. Ich weiß nicht.